Wir sind alarmiert worden um 7.40 Uhr ungefähr mit dem Stichwort Verkehrsunfall, Personen klemmt, Pkw brennt. Pkw war vom Baum, ziemlich oder ganz stark beschädigt und Personen war erst gar nicht zu sehen. Fahrzeug war total zerquetscht und auch vorne der Motorblock alles eingeklemmt. Die Notfallseesorgerin war vor Ort, die hat mit uns gesprochen und wir verbleiben jetzt erst so und sonst müssen wir noch ein Gespräch führen mit den Jüngeren.